Und jetzt gleich. Ja, Mission gescheitert. Selbstzerstörung wurde aktiviert. Ja, schön. Das wär's jetzt. Echt. Ja, ich seh schon. Boah, ey. Alter Schwede. So. Erobern. Beide. Ich hoffe, dass er danach endlich mal holt. Meine Fresse. Ich dachte gerade, der... Boah. Nee, alles gut. Ach, der hat noch zwei. Ja, super. So, wo ist der... Wo ist das Ding jetzt? Wissen wir nicht. Auch geil. So weh. Eine Einheit wird angegriffen. Da ist er jetzt. Guck mal, genau da, wo wir vorhin waren. Wir brauchen mehr Geilerspunkte. Ja, ach. Bau nochmal einen Ingenieur. Wir brauchen Ingenieure. Und zwar beständig. Und ja, es werden Whiskaroids gegrillt. Das seht ihr richtig. Klingt merkwürdig. Ist aber so. Centurion, Achtung, Centurion, Achtung, Centurion, Achtung, Centurion, Achtung, Centurion, Achtung, Verlieren wir keine Zeit. Ist es erblendet? Bitte bilden. Seht ihr wohl, wo ist der Tag für eine Schlacht? Boah, ich zitter gerade. Echt schrecklich. Feindlicher Kroner geoutet. Aber nicht vor Freude, sondern vor Nervosität. Wir brauchen Sie nicht. Haben das Gebäude erobert. Sehr schön. Centurion ist bereit. So, wo treibt sich jetzt der Gegner rum? Ich glaube, wir sollten mal wieder von Centurions weggehen. Hin zu Infanterie. Abwehr. Leichte Einheiten. Gläubiger. Nein. Erst Ingenieur. Und danach die Gläubigen. Wo ist denn jetzt ein blödes MBF? Da oben? Da oben. Ja, ich weiß. Ich kann es aber leider nicht ändern. Ja, war klar. Feindlicher Kroner geoutet. Feuer. Auf da. Leute, was macht ihr da? Du sollst dich auspacken. Danke. Danke. Du sollst dich brauchen. Ich arbeite lassen. Wo der Tag für eine Schlacht? Wir haben keine Angst. Eine Einheit wird angegriffen. Ein Gebäude wird angegriffen. Die Welt wartet. Keine Gnade. An die Frau. Wieder ist er weg. Ein Gebäude ist bereit. Das sollte jetzt nicht passieren. Jetzt habe ich eine Einheit, die ich eigentlich noch gar nicht haben wollte. Ich muss jetzt echt nicht ernsthaft bei jeder Stellung jetzt irgendwie fast positionieren, oder? Da steht einer in aller Seenruhe rum. Ich glaube es nicht. Oh Mann, ey. Muss ich jetzt echt bei jeder möglichen Position Obelisken lassen, oder was? Alter Junge. Was ein Scheiß. Echt. Aber jetzt weiß ich wenigstens, warum der Countdown so schnell runterging. Also wird der Countdown, den man übrigens immer noch nicht sehen kann, möchte ich nochmal hinzufügen möchte. Den Countdown kann man nicht sehen. Das wäre ja auch alles erleichtert, dass man ihn sieht. Wir brauchen mehr Kommandeurspunkte. Ich weiß. Bereit machen. Nieder mit den Unterdrückern. Bleibt zusammen bereit. So. Ich bin der Beste. Bist du das an? Erobern. Ach, der ist schon. Das gehört schon uns. Okay. 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 Ich wollte gerade sagen, warum beschießt sie ihn nicht? Feindeinheiten gesichtet. Centurin ist bereit. Marsch. Ja, darauf habe ich gewartet. Das bleibt nicht drin. Ach so, und der baut auch die Verteidigung wieder auf. Alles klar. Ja, ist ja auch ein Defensivcrawler. Passt. Alter, der repariert sich so schnell, ne? Wieso, zudem bitte knacken. Ein Gebäude wird angegriffen. Wie sollst du den bitte knacken? Alter, Leute, ihr seid doch echt scheiße, echt. Ja, natürlich. Natürlich. Oh, Mann, ey. Ganz ehrlich, wie sollst du das Ding knacken? Ohne Witz. So kann man Missionen auch künstlich in die Länge ziehen. Das ist für mich wirklich nur künstliches in die Länge ziehen. Eine Einheit wird angegriffen. Alles klar. In die Sammeln. Vorwärts. Ausrück. Das ist wirklich künstliches in die Länge ziehen. Feindeinheiten gesichtet. Das ist wirklich künstliches in die Länge ziehen. Egal wie. Hauptsache, es dauert länger. Und Verstärkung bezieht er auch noch. Auch schön. Keine Gnade. Zöger nicht. Ja, war klar. Super. Der ist viel zu schnell. Viel zu schnell. Eine Einheit wird angegriffen. Da kommst du als Mensch nicht hinterher. Nicht alleine. Ja, Freunde. Stellt euch drauf ein, dass es noch länger dauern wird. Wohlgemerkt nur deswegen, weil die Mission künstlich in die Länge gezogen wird. Nicht irgendwie, weil der Gegner stark ist oder so. Nee, nee. Das ist einfach nur... Er zieht das einfach nur künstlich in die Länge. Mehr ist es nicht. Das ist wirklich nicht mehr. Das ist einfach nur künstliches irgendwie in die Länge ziehen. Mehr ist das nicht. Für mich. Alter, Leute. Ich muss anscheinend echt in Erwägung ziehen hier. Mit Luftwaffe anzugreifen. Aber ich weiß nicht, ob die einen Ingenieur haben. Das ist das Problem. Ein bisschen was, dann probiere ich das gleich mal. Ja, du wirst immer gebraucht. Ach guck mal, da ist auch noch ein Obelisk. Interessant. Der steht also auch noch. Alles klar. Und was dann? Bau abgeschlossen. Ja, mal los. Da bleib ich drin. Bitte melden. Bitte ist einfach komisch, dass es kein endgültiges Ziel gibt. So von wegen, ja, Selbstzerstörung ist deaktiviert. Wunderbar. Ihr braucht jetzt nur noch den, äh... Den Feind zu killen und fertig ist. Das fehlt mir so ein bisschen. Muss ich sagen. Dass man gesagt hätte, so, alles klar. Selbstzerstörung ist deaktiviert. Jungs, gut gemacht. Fertig ist. Ja, ein Serturion wird er mir killen. Ist okay. Er hat eh nur noch Infanterie rumstehen. Keine Tade. Ist das kaputt? Ich warte hier. Ein Gebäude wird angegriffen. Ey, wo willst du hin? Nimm doch das Ding ein. Haben das Gebäude erobert? Bitte melden. Wir haben so wenige Kommandierspunkte. Ja, schön. Ich hab wirklich keine Ahnung. Eine Einheit wird angegriffen. Ich frag mich echt, wie ich das schaffen soll. Haben das Gebäude erobert? Ein Gebäude wird angegriffen. Fight-Einheiten gesichtet. Und vor allem, er kriegt immer wieder neue Truppen. Immer wieder. Genauso auch die Abwehrsysteme hier baut er jederzeit nach. Eine Einheit wird angegriffen. Ein Gebäude wird angegriffen. Hat schon irgendwo einen Beigeschmack. Doch, muss ich schon sagen. So, jetzt verpisst er sich wieder. Haben eine Einheit verloren. Ja, natürlich. Also ich kann mich wirklich nur dafür entschuldigen, dass die Mission jetzt so derart die Länge sich zieht. Oh, was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Ich kann nur zusehen, irgendwie den Crawler zu schwächen. Gleichzeitig irgendwie unsere Serturions auf ihn anzusetzen. Aber mehr kann ich auch nicht tun. Das war viel zu schnell. Das war viel zu schnell. Wir haben keine Chance. Denk nicht, das wäre irgendein gewöhnlicher Crawler, Profit. Meiner hier hat gewisse Verbesserungen. Ja, ja. Die Verbesserungen sind deaktiviert, Freundchen. Alles läuft noch klar. Bitte melden, wenn ich gebrauche. Wir wissen, wo Sie mich finden. Ein Gebäude wird angegriffen. Gehen wir weiter. Wurde Funktion in die ins Auge. Haben das Gebäude erobert. Ja, geil. Da konnte man kurz sehen, wie er sich da umherbuddelt. Auch nicht schlecht. Übertragung, okay, Commander. Was ist hier eigentlich noch? Da steht noch ein Reaper. Ich glaube es nicht. Dann kann er ja noch die Defensivsysteme ein bisschen ärgern. Eine Einheit wird angegriffen. Mal sehen, ob der da hinkommt. Ja, ja, schon klar. Raketenwerfer, okay. Interessant. Und gleich noch ein. So, ich wollte den Obelisten platzieren. Darum ging es ja eigentlich die ganze Zeit. Ja, er kommt durch. Wunderbar. So, kurz mal reparieren. Ja, schon klar. Ein Gebäude ist bereit. Ja, ich muss ihn da hinstellen. Was soll ich sonst machen? Wir müssen den irgendwie im näheren Umfeld erwischen. Ich bin gleich fertig. Ich werde mich brauchen. Werden wir tatsächlich reinladen. Und dann sende ich die nämlich gleichzeitig rein. Und dann sollte das Ding geklärt sein. Hoffe ich zumindest es mal. Alter, das ist eine Mission. Also, die wird richtig schön hier in die Länge gezogen. Richtig schön künstlich. Eine Einheit wird angegriffen. Und das merkst du auch. Haben das Gebäude erobert. Glück gehabt. Wird repariert. Ist das der Granette? Feindeinheiten gesichtet. Haben das Gebäude erobert. Bitte melden. Das war wirklich Glück im Unglück. Ja, natürlich. Und er wird noch repariert. Ey, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, ey. Wie? Was? Wie? 15 Minuten. Wird mich doch verarschen. Und dann Gefechtsende, oder was? Oh, schön, dass man jetzt wenigstens mal eine Erinnerung kriegt. Immerhin. Eine Steigerung. Ja. Von wegen Einsatz hier erreicht. Oh, Mann. Du musst echt die ganze Zeit aufpassen. Oh, Leute. Macht euch nicht lächerlich. Echt. Mein Gott, das ist doch nicht wahr. Du musst echt die ganze Zeit aufpassen, dass er ja nicht seine Selbstversch... Oh. Also, Leute. Ehrlich? Mein Gott. Da rein. Ein Gebäude wird angegriffen. An die Front. Ihr Ende ist nah. Inspeziere Schlachtfeld. Meine Güte. Bau abgeschlossen. Ei, 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 ei. Ja, wie gesagt, ich kann mich nur bei euch entschuldigen dafür. Aber was soll ich machen, dass das sich so derart jetzt hinzieht? Mein Gott. Die Einblendung haben auch schon alle keine Lust. Ich kann's verstehen. Ich kann's wirklich verstehen. Echt. Ohne Witz. Ohne Witz. Guckt euch das an, der ist voll geheilt. Voll. Oh Mann, ey. Jahre später und wir sind immer noch hier. Den hier können wir übrigens, auch wenn er gut ist, verkaufen. Weg damit. Mein Gott. Und ich hab leider keine Grabssysteme, die ich mal eben einsetzen kann. Hab ich leider nicht. Sorry. Ja, natürlich. Erstmal reparieren. Wir brauchen das Ding. Auf jeden Fall. Wir machen das jetzt mal so, wie geht die Jön. Bin abvorbereit. Guter Tag, keine Schlacht. Vorwärts. Eieieiei. Bleibt zusammen. Tja. Unglaublich. Da ist er. Kannst du dich nicht auspacken? Oh. Reicht. Rein. Er kann sich nicht auspacken. Oh. Arme Stütüt. Er kann sich nicht auspacken. Süß. Jetzt haben wir ihn endlich. Haben das Gebäude erobert. Endlich haben wir ihn da, wo wir ihn haben wollen. Meine Güte. Endlich können wir das durchbrechen. Schrecklich. Tut mir leid, dass ihr so lange warten musstet. Endlich mal. Mensch Leute. So weit war ich noch nie. Alter. Wäre das nicht so bitter wäre, wäre das echt lustig. Ich hätte auch Tunnel bauen können. Fällt mir gerade einig, Idiot. Hätte ich auch machen können. Wäre es einfacher gewesen. Hätte ich auch nicht dran gedacht. Stimmt schon. Hätte ich auch machen können. Schön in den gefangenen Gebieten wäre ich weiter aufgefallen. Wären die Truppen ganz schnell vorangekommen. Denk mal nach, was du tust. Mein Tod. Mein Martyrium. Wäre noch ein Beweis für deine Verderbtheit. Ne, ist klar. Oh, endlich. Endlich hat diese Reparaturscheiße ein Ende. Geschwächt bin ich wohl. Aber mein Ende ist alles andere als gewiss. Noch 10 Minuten. Oder ist das Spiel beschränkt? Zeittechnisch. Das wäre natürlich auch lustig, wenn sie das Spiel beschränken. Das wäre lustig. Eine Zeitbeschränkung für eine Mission. Das wäre es. Echt. Ja, Mission dauert zu lange, wird beendet. Das wäre echt übel. Also das wäre echt unfair. Bei Countdown kann es nicht sein. Warte mal. Missionsziele. Gefangene Nord-Einheiten. Hä? Habe ich doch. Hä? Ich habe doch alle befreit. Ich weiß gar nicht, was er will. Na, endlich. Es hat keinen Sinn, diese Farce noch länger fortzusetzen. Männer! Zurück! Euer Prophet muss sich seinem Schicksal allein stellen. Einsatzziel erreicht. Ja, na endlich. Meine Güte. Ja! Endlich gewonnen. Meine Güte. Alter! So kann man Missionen auch künstlich in die Länge ziehen. Furchtbar. Jo, wir sind Bekenner. Ne, Dekan sind wir sogar schon. Tarnfeld. Für die Crawler oder was? Ne, Staffpanzers. Okay. Medizinische Ausbildung. Sehr schön. Entführer. Ach, haben sie das aus Generals übernommen? Laserschutz. Zerstören sie 10 Einheiten oder Strukturen mit den Obelisken des Lichts. Na, dann wollen wir mal weiter. Brüder, wir wurden von Schreckensbildern in die Irre geführt. Und von falschen Propheten. Sehr gut. Und hier ist alles, was sie brauchen, um an Cain ranzukommen. Ich hoffe, sie haben Nord unter Kontrolle, wenn dieser Mistkall erledigt ist. Meine Kinder tun, was ich ihnen sage. Ja, Kinder. Ihr wurdet in die Irre geführt. Aber... Der Scharlatan wurde ausgemärzt. Daher schließt euch mir an. Und wir werden gemeinsam ein vereintes Nord gründen. Schließt euch mir an. Und wir werden gemeinsam aufsteigen. Frieden durch Macht! Commander, sind Sie verletzt? Commander, Ihr Leben und damit auch Cains Plan hängt am seidenen Faden. Fürs Erste hält sie ihre neue DNA am Leben, aber sie sind nicht unbesiegbar. Wir haben einen GDI-Crawler mit medizinischem Gerät geortet, der sie bis zu ihrer Evakuierung am Leben halten kann. Übernehmen Sie den Crawler und schlagen Sie sich zu dem nahegelegenen Flugfeld durch. Der alte Running Gag. GDI erobern und dann als GDI weiterspielen. Aber man sieht einmal mehr, auch wenn das Spiel noch so scheiße ist, als Command & Conquer. Die GDI sind die Bösen! Ist so. Es ist einfach so. Pascal wurde denen ausgeliefert, dem Separatisten. Kein Wunder, dass er gekillt wurde. Die GDI ist der Böse. Los geht's. Ausgeblutet. Sie verbluten ja. Schnell, übernehmen Sie einen GDI-Crawler. Das ist Ihre einzige Chance. Ja, ein GDI-Crawler. Ich freu mich nicht. Ähm. Was kann ich tun? Warten Sie, Commander. Wie er gewartet hat, sonst stirbt Cain. Ich tu mein Bestes. Nee, Cain stirbt nicht. Wir sind nicht das Original. Wir sind nur eine Kopie. Ja, was heißt eine Kopie? Wir sind ein Klon. Ich lasse ihn nicht im Pflicht. Okay. Ja, Sir. Und nicht? Kein Wunder. Kein Juri-Klon, aber ein Klon. Wir müssen den GDI-Crawler übernehmen. Also schützen Sie Ihre Ingenieure. Ja. Ja, Mama. Die Panzerung ist der Scheiße, Sir. Der Spruch war echt der Beste bisher. Feuer frei! Machen wir alles klar! Da ist er. Offensiv-Crawler. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Und warum bitte ein Offensiv-Crawler? Was ist das Wolle? Halt! Ja, Sir. Halt! Er ist der Wolf. Feuer frei! Der ist gefährlich. Wir haben alles in mir. Sonst nicht? Ich hab ihn! Ich hab ihn! Stirb abschauen! Das ist das erste Mal, dass er als Einheit auftritt. Herrlich! Geben Sie mir ein würdigen Spiel. Ich bin ein guter Schissner. Der ist getroffen! Feuer frei! Was hab ich Ihnen denn getan? Ich hab das! Einmal auf ihr Arbeiten. Sehr schön. Äh! Bringen Sie den Crawler zu uns, damit wir sie stabilisieren können. Eine Einheit wird angegriffen.